Ich glaube, es ist natürlich top und es gibt Selbstvertrauen und auch als Mannschaft ein paar wirklich gute Worte. Ja, ich habe dieses Selbstvertrauen, wenn ich im Box und nackten Box ist, dann brauche ich nicht so viele Chancen. Ich habe meine Verletzungszeit sehr gut gemacht und gebraucht. Ich habe viel mit diesen kleinen Details gearbeitet. Ich habe diese Zeit wirklich viel trainiert mit dem Rehab-Team hier. Und ja, ich glaube, das sieht man auch, wenn ich nicht zurückkomme. Ich brauche nicht so lange Zeit zu reinkommen, aber diese Rhythmen kommen ganz schnell. Ich glaube, dass Konkurrenz gibt diese extra Intensität, Power im Training und auch im Spiel. Man muss sein Bester sein und das ist nur gut für alle persönlich, aber auch für unser Team. Ja, ich glaube, das ist ein ganz anderes Spiel. Jetzt ist Bundesliga und eine lange Saison. Pokal ist weiter oder raus, taktisch und diese Spannung und so bekommt ein bisschen anders mit dem DFB-Pokal. Es ist eine gute Mannschaft natürlich. Wir müssen da gehen mit Selbstvertrauen von den letzten paar Wochen. Wir müssen unsere Intensität, unser Power und unser Pressing sehr gut gemacht. Und wir müssen alles zusammen machen. Wir sind sehr schwierig zu spielen. Ohne Ball sind wir sehr gut. Wir kommen mit hohes Tempo. Und gehen wir oben oder ein bisschen länger zurück, haben wir genau diese Intensität. Und das ist ganz schwierig. Wenn wir Ball gewinnen, dann sind wir auch schnell im Umschalten. Ich glaube, dass wir dann auch Möglichkeiten bekommen. Und dann müssen wir sehr effektiv sein. Und wir müssen da gehen mit Glauben auf alles ist möglich. Und wir müssen da auch.